so herzlich willkommen zu meinem nächsten let's play oder eher let's fast perfekt und danach werde ich in dem gleichen spiel also dem hier ein let's total fail machen und zwar ist ganz einfach ein grund da man es auf zwei verschiedene arten spielen kann halt na gut aber als erstes jeder der unter 18 es sollte jetzt ausschalten also ganz auf einen grund dieses spiel ist relativ blutig und zerstörerisch und es ist einfach besser für euch dass sie dieses nicht macht nicht zuguckt und anders gut wenn jetzt weggeschaltet habt respekt wenn nicht euer fehler gut wir werden jetzt andres andres christ for the hammer adventure spielen ja also ich werde jetzt planen halt auch fast perfekt ich werde kaum reden weil bei dem nächsten total fail werde ich sehr viel reden dementsprechend hätte ich jetzt mal die klappe bis dann so So, die werden wir jetzt schon wieder her. Ähm, wie gesagt, genau, das ist ein Stick Game, also ein Strichmännchen-Spiel, wo es halt immer darum geht zu überleben mit einem Strichmännchen aus der Page gab es dieses Spiel. Play einfach mal. Wenn ihr das lesen wollt, drückt Pause. Also, das ist unser Eventual. Gut. Wie gesagt, wir können mit den Gegenständen interagieren, indem wir einfach darauf klicken. Jetzt drehe ich lieber nicht weiter, das ist nämlich die Atmosphäre weg. Gah! 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 Hmmm, it's too dark to go on. Die Grenade might prove useful. Die Grenade might not be able to die. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.